Ladies in Germany, herzlichst willkommen zu eurem absoluten Favourite-Format, Kappel-Challenge. Nehmt ihr das bitte nicht persönlich. Nein, ich weiß, die, die jetzt hier noch zugucken, das ist wirklich der harte Kern. Ja, wie war es? Bevor wir hier jetzt aber heute rein starten, wir sind in Kappel-Challenge Folge 4. Was letzte Woche passiert ist, habe ich komplett vergessen, denn mein Gehirn ist ein Sieb. Es ist alles nicht so einfach. Da steht auf jeden Fall, ich muss das jetzt mal kurz wissen, Moment. Okay, wir haben letztes Mal aufgehört, dass die beim Lagerfeuer saßen, die Kohle war immer noch weg, es fehlen ja 2000 Euro. Da wurde drüber diskutiert, aber keine Lösung gefunden. That's the game, definitiv. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut das bitte auf TVNOW, hier zu abonnieren. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich führe einfach aus wie Soldat. Und ich würde sagen, wir starten rein. Ich sehe cringe gerade, keiner redet. Wir haben nämlich jetzt hier die zwei Grazien noch am Lagerfeuer sitzen. Die anderen sind wohl alle schon pennen. Gina und Christine, perfekte Kombi. Ich kann jetzt ruhig reden, aber klar, wer der lautste schreit, den hört man nicht mehr, ne? Klar. Nee, aber was für mich einfach die Situation ganz komisch gemacht hat, wir reden über die Geldsituation, auf einmal keiner redet mehr darüber. Thema wurde komplett umgedreht und zwar von dir. Das haben wir nicht gesehen, das wurde gar nicht gezeigt. Wir müssen das jetzt einfach so annehmen und sagen, ja, stimmt oder halt auch nicht. Das finde ich scheiße. Kannst du versprechen, dass ihr es nicht wart? Ich kann es versprechen, dass wir es nicht waren. Ich kann es dir versprechen, hoch und halte, dass wir es nicht waren. Okay. Alles kalt, ne? Ich hätte gesagt, schwör auf dein Leben. Schwör auf das Leben von deinem Hund. Wenn sie das dann auch gesagt hätte, Junge. Junge, Junge. Also lügen kann die. Ja. Ja, und nicht nur Tina hat ein Problem mit Christine, sondern auch Tim. Wir sind ja einfach auf engstem Raum und auseinandergehen ist ja einfach nicht möglich. Auseinandergehen ist nicht möglich. Versteht ihr das? Das Problem zwischen Tim und Christine ist einfach, dass sie nicht zusammen klarkommen. Das ist doch auch vollkommen okay. Es gibt immer einen Menschen, den du nicht riechen kannst. Das ist doch ganz normal. Ich verstehe das. Die will jetzt ein bisschen runterreden, Tim. Stell dich nicht so an. Aber nö. Also ich finde, es gibt nicht immer irgendwo einen Menschen, den man nicht riechen kann. Und wenn der Mensch für einen so hardcore stinkt, dann ist es wirklich eine Sache von, halte ich das noch aus oder nicht? Hat die kein Verständnis, die Babsi. Tim, reiz dich einfach am Riemen. Guck mal, wie asozial das ist. Sorry, aber dass es nicht jemandem nicht riechen kann, sondern dass es... Hier, fuck you. Ist für mich schon mal eine Nummer. Hatte, der sitzt da ganz unschuldig in der Küche. Die kommen, wäscht sich die Hände und geht, fuck you. Cool, danke. Bam! Ich fühle mich so dreckig, ey. Ein Mittelfinger, das zollt einfach nochmal wieder von dieser nivellosen Art. Es ist schon hart. Also es ist wirklich hart. Was sagt denn Christine dazu? Weil beide führen doch hier ihre Monologe alleine mit den Kameras. Jetzt. Jetzt geht's los. Boah! So Diskussionen sind okay, aber wenn es den Niveau los wird, dann ist es bei mir einfach vorbei. Da war doch gar keine Diskussion. Ihr habt euch doch nur angeschwiegen. Aber erzähl weiter. Ihr möchtet so gerne den Arsch blasen, Alter. Wieso würdet ihr dem gerne den Arsch blasen? Heißt das nicht, jemanden den Marsch blasen? Möge der Bessere gewinnen. Echt, das sag ich nur noch. Wenn es von mir ausgeht, möchte ich es nicht mehr. Aber wenn ich an Babsi denke, dann ... Nächster Morgen und Tims Entschluss, der verfestigt sich so langsam, ne? Der hat wirklich keinen Bock mehr. Ist dir das gut? Nee, ich habe allgemein keinen Bock mehr. Oh nein. Das Gäste wurde mir einfach zu Niveau los. So, und mit solchen Menschen bin ich mein Leben lang noch nicht klargekommen. Und von solchen Menschen habe ich mich mein Leben lang auch schon distanziert. Sam, ganz ehrlich. Er redet jetzt mit Malisa, aber Babsi weiß von ihrem Glück noch nichts, ne? Du würdest nicht abbrechen, ne? Doch, ich breche heute ab. Nein, verarsch mich nicht. Oh Mann. Und was sagt Maria? Ist dir aber fein. Nein, da habe ich noch gar nicht drüber geredet gerade. Ja, ja, ich habe nicht drüber geredet. Ist auch nicht wichtig. Äh, er will gehen. Malisa lässt die Bombe platzen. Finde ich auch gut, ne? Dass sie das nicht gegenseitig untereinander sagen. Nein, die Streitschlichterin Malisa ist Milton drin. Wie ist denn eure Stimmung? So sehen Siege aus. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Aber vielleicht kriegt ihr ja dann auch das Pann, was sich am meisten stört, raus. Ja, du weißt, wenn du gehen möchtest, gehe ich natürlich mit dir. Ich kann ja nichts anderes machen. Außer du sagst, du bleibst. Ach, was soll sie denn machen? Aber ich finde es korrekt, wie sie trotzdem reagiert. Also, ich hätte in dem Arsch geblasen. Es tut mir leid, Babsi. Ist okay, lass uns einfach jetzt nicht drüber reden. Schatzi, euer Blick sagt nichts Gutes. Ich bin abgefuckt, ich bin enttäuscht, ich bin wütend, ich bin traurig. Das ist halt, äh... Nicht nur traurig, enttäuscht. Ich bin auch sauer, wütend, keine Ahnung, alles. Öde, weil es hier mitgehen möchte, ne? Wenn es nach mir geht, möchte ich auf gar keinen Fall gehen. Ich wollte nicht heulen, Alter. Komm her. Oh, Mann! Ich mach das so, Mann. Verstehe ich, ne? Weil es war halt wirklich über Nacht. Er so, ne, ich hab keinen Bock mehr. Sagt jetzt erst mal Lisa und komm dann zu Babsi. Naja, eigentlich hat es mal Lisa Babsi dann gesagt. Es war nicht die fein englische. Gerade, wo ich so wein gesehen habe und Babsi, die weint sonst nie. Das war gerade so, als würde ich meine Mutter beim Wein zugucken. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, Alter. Tut mir gerade einfach unfassbar leid. Dass sie jetzt wegen mir sowas jetzt durchgemacht und so... Das tut mir einfach leid. Ja, aber du tust dir ja anscheinend mehr leid, als dir jetzt gerade Babsi leid tut. Von daher muss man dann auch dazustehen. Ich muss immer alleine sein, Alter. Okay. Unsere Freundschaft ist einfach viel wichtiger als alles. Und ich hab irgendwie das Gefühl, dass die jetzt vielleicht ein bisschen zerbricht. Ach Mann. Aber schau doch mal. Du machst damit bei so einem Format. Und klar, guck dir an, wer gerade bei Reality verkehrt. Es war klar, dass da irgendwelche Leute reinkommen, die genau das provozieren, wie es Christine und Valentina tun. Jetzt sitzt er da und heult und will nach Hause. Will aber auch nicht, dass die Beziehung zwischen Babsi und ihm daran zerbricht. Ich finde, jetzt ist es halt die Entscheidung für dich selbst oder für deine Freundschaft. Weil Babsi will natürlich sehr, sehr gerne bleiben. Man kann ja auch erst mal versuchen, das gemeinsam irgendwie zu klären. Immerhin seid ihr ja ein Team. Ich wusste nicht, dass sie da so jetzt emotional ist. Und das hat mich gerade ein bisschen wach gemacht irgendwie. Und ich würde fragen, ob ich das vielleicht rückgängig machen kann. Oh ne! Tim! Da ist hier alles halb so wild. Entschuldige bitte. Dann hast du dich ja für die Freundschaft entschieden und für Babsi. Und da sage ich Daumen hoch. Super. Ist genehmigt. Tim und Maria bleiben im Camp. So sehen Siege aus. Schalalalalala. Ja, ja, von dieser Situation zu einer Situation, die Christina und Valentina beinhaltet. Schaut doch einfach mal selbst. Sie sitzen da, schminken sich, unterhalten sich und Gina ist auch dabei. Das ist doch nur ein Spiel hier. Das ist doch nur ein Spiel. Du guckst die Leute in den Kopf und ich habe dir seit Tag 1 gesagt, wer am gefährlichsten ist, das sind die Nächsten. Und dann diese Eifersucht 10. Redet ihr gerade über mich? Nein, fühlst du dich angesprochen? Die lügt, natürlich redet die über die. Nein, fühlst du dich angesprochen? Was habe ich dir nicht ins Gesicht gesagt? Was? Was? Was denn? Was? Hey, du provozierst mich so sehr, Alter, wirklich. Wo ist dein Moment? Ey, wirklich, was ist falsch in deinem Kopf, Alter? Oh Gott, ich lache das Mädchen so aus, Alter. Das ist doch Wahnsinn. Ach, es ist doch einfach nur sympathisch, hier wieder zuzusehen, mit Christine, die Leute mobbt. Also ich weiß nicht, ob ich kotzen soll oder kotzen soll. Ich finde es halt so hart. Die sind ja zur Zeit, Valentina und Christine, unterhalten sich da ganz offensichtlich über Gina. Das ist einfach auch nicht fair. Also Christine, wenn du ein scheiß Problem mit Gina hast, dann sag ihr das doch face to face und nicht, also diese Alba-Suchtsszenen und diese ganze Getue, sie tut doch so auf straight. Dann sei doch wenigstens straight und nicht so hinterrücks und scheiße machen. Nein. Ich kann Leuten, die so falsch sind, nicht mal mehr ins Gesicht. Was ist denn an mir falsch? Setz mal die Brille ab, dann kann ich dir vielleicht besser in die Augen gucken. Setz die Brille nicht ab, Alter, die hat dir gar nichts zu sagen. Und außerdem, wer ist denn hier falsch? Und redet irgendeinen Scheiße über eine dritte Person, die anwesend ist. Nee. Was ist an mir falsch? Alles. Okay. Alles. Was genau? Von vorne mit hinten mit der Beziehung und das alles. Alles. Alles ist falsch. Das ist eine Fake-Beziehung, genauso fake wie alles andere an ihrem Ding. Die passen gar nicht zusammen. Die sind so gegengesetzlich. Also so, das sind so Gegengesätze, wie Gina eigentlich drauf ist. Also ich finde, Gina und Hendrik sind gar nicht so gegensätzlich. Menschlich gesehen passen die schon gut zusammen. Klar haben die andere Hobbys und so. Aber das verstehen die natürlich nicht. Weil Valentinas Welt, die würde ja auch keinen nehmen, der nicht so exzessiv Sport treibt wie sie. Das ist ja wichtig. Das muss ja gleich sein. Also am besten heiratet sie einfach jemanden, der genauso ist wie sie. Nur das passt. Ich lasse mich jetzt nicht weiter drauf. Genau. Lass es nicht. Lass es besser sein. Was eine Scheiße. Falsches Stück. Falsches Stück, ne? Aber das Geile ist halt die... Sitz vorm Spiegel und sagt das alles. Von daher, ich denke, die redet sowieso die ganze Zeit mit sich selbst. Gina merkt es nur nicht. Ich komme mit so Menschen einfach nicht klar. Ich bin normalerweise niemand, der viel streitet oder sonst was. Ach, das zerstört Menschen. Und das weiß Christine noch auch. Und dies, was ist die Sonderpädagogin? Verliere ich da den Glauben an die Menschheit? Natürlich nicht. Genauso eine will ich aber auch für mein Kind irgendwann mal haben. So ist es. Was ist los? Miau, was ist denn jetzt? Nicht mehr. Gina. Was ist denn jetzt, ey? Was ist denn jetzt? Was ist passiert? Ich mach mich so dumm an, Alter. Warum? Ja, warum? Und jetzt erzählt sie es, aber sie erzählt es nicht richtig. Ich finde, wenn man es halt wortwörtlich erzählen würde, dann würde man merken, was für eine Scheiße Christine da abzieht. Aber pass mal auf. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann muss ich auch was sagen. Ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Das ist auch richtig so. Steh für dich ein, mein Gott. Die provozieren mich so sehr hier drin. Die provozieren mich einfach. Einfach für die, die mit den anderen umgehen, so Respekt heute nicht, morgen auch nicht. Aber dass man vor denen Respekt hat, das ist natürlich ganz klar. Ich war gerade drin und Valentina und Christine fangen an, über mich zu reden, halt so richtig offensichtlich. Obwohl ich gerade daneben stehe, sagen sie so, ja, hier, ne, 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 und kannst nichts ins Gesicht sagen, bla. Ich kann dich verarschen, Alter. So war es halt nicht. Die hat nicht gesagt, du kannst nichts ins Gesicht sagen, also vielleicht irgendwann im Laufe des Gesprächs. Aber die hat einfach ganz offensichtlich über Gina geredet, obwohl sie anwesend war. Und das war das, was so hart ist, Alter. Jetzt muss ich weinen. Auf dich zu provozieren. Nee, aber so eine Kacke muss ich hier doch nicht anhören. Und dass ich ja so falsch bin, ich wäre ja so falsch. Gina, ich weiß, es ist Provokation. Ich bin jetzt die Zielscheibe, die nächste, Alter. Ich schaffe euch, ich bin jetzt die nächste Zielscheibe. Nein, warum? Es sind ja alle auf deiner Seite. Natürlich, die haben auch gesagt, wir sind die Nächsten, die sich auf die Liste setzen und sonst was. Da würde ich sagen, ihr seid auch die Nächsten. Also, ich verstehe, man hat Angst vor Christine, die haben Angst. Nur weil die ist ein Pulverfass, du weißt nicht, wie weit die geht. Obwohl nein, die kennt kein Brecheisen. Von daher, wie viel ist da wirklich wahr? Ist es mehr Schein als Sein? Ist es Fake it until you make it? Ist es ein Image aufzubauen, das dieses Gangster, diesen Gangster-Touch hat, aber sie ist eigentlich gar kein Gangster? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall ist sie irgendwas. Also, dumm ist sie nicht, denn sie hat da schon eine Strategie, wie sie wieder umgeht. Aber woher kommt das denn eigentlich, man? Wer muss sie ihr denn wehgetan haben? Die wurden bestimmt auch so hardcore gemobbt. Und das tut mir dann halt auch wieder leid, weil einfach so werden so Leute auch nicht so. Hast du jetzt schon wieder was gesagt? Hä? Hey, Schatz, ich bin jetzt die Zielscheibe von denen. Warum denn? Die sagen zu mir, ich bin ja so fake und so falsch. Die werden jetzt immer in der Nähe was sagen? Ja, was dich triggert. Und dann einfach weggehen, 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 weggehen. Wir machen das mit Absicht, damit es dich triggert. Weggehen. Er hat recht. Weggehen ist da wirklich das Einzige, was du machen kannst. Also, die wollen ja, dass du dazu was sagst. Wenn du merkst, ob kommt irgendwas von denen, dann gehst du in meine Gruppe zu den positiven Leuten. Wir sind mehr als die. Die sind nur zu zweit. Wir sind ja zu zwölft. Ah, aber ist eigentlich auch scheißegal. Es reicht ja auch eine Person, die dich behandelt wie scheiße. Auch wenn du dich 20 gut behandeln. Denn diese eine Person ist ja trotzdem noch da. Und die macht ja, was sie will. Die scheißt doch komplett auf alles. Ob die dabei sind oder nicht, ist der doch kackegal. Wollen die mich verarschen, Alter? So eine Kacke, ich will nicht, dass ihr mit so einer Scheiße über mich lagt. Ja, wenn es nicht so ist, dann wein doch nicht. Dann sag einfach so Pech. Ich stehe da drüber. Lach doch drüber. Ich stehe da drüber. Ja, lach doch drüber. Haha, lach doch drüber, lach doch drüber, dass die sagen, du bist fake und deine Beziehung ist fake. Und alles an dir ist fake. Ist doch witzig. Nimm es doch einfach mit Humor. Dass du dich jetzt nicht so runterziehen, wie Tim das gemacht hat. Wenn du jetzt schon weinst, dann denken die, jawohl, in zwei Tagen haben wir die durch. Einfach weggehen von denen. Hör dir das nicht an. Dann kannst du auch keinen Streit geben. Dann hörst du auch keinen Lästern. Halt Abstand. Was ich halt immer noch nicht verstehe ist, warum sind die eigentlich noch nicht raus? Die haben das doch in der Hand. Und es ist jetzt nicht so, dass alle immer Valentino und Christine wählen. Der Klügere gibt nach. Ach, ist aber süß, auf jeden Fall, der sie aufbaut, oder? Alles gut, Schatz. Nicht auf Eifern. Ja. Ja, scheiße. Und so sieht doch eine Fake-Beziehung aus. Innerlich habe ich einfach diese Wut und ich will denen so richtig ins Gesicht sagen, ich nominiere euch jetzt, weil ich euch raushaben will zu Valentina und Christine. Auf der anderen Seite habe ich auch schon darüber nachgedacht, das stärkste Couple zu nominieren, um endlich Christine und Valentina hier rauszukriegen. Ja, das ist mein, in der Gruppe sind sie stark, echt. In der Gruppe sind sie stark? Also eben in der Situation mit Gina, da war Gina eine Person, Christine und Valentina zwei. Wer ist da denn jetzt die Gruppe? Das ist mir zu hoch, das ist mir zu hoch und Christine anscheinend auch. Nicht mal annähern, Bibi, nicht mal annähern. Sagst du einen Satz? Sagst du einen Satz? Geil, das ist echt cool. Und dann fangen wir an zu holen. Aber in der Gruppe können die die Dynamik. Ich hasse sowas. In der Gruppe stark und vor eins zu eins nichts. Ich hasse sowas auch, aber genau das ist es doch. Genau das hat sie doch gemacht. Sie war in einer Gruppe mit Valentina da. Sieht die nicht? Nö, zählen kann die nämlich nicht. Naja, das ist meine Einschätzung. Wisst ihr, das ist es so. Die denkt, es ist doch okay, es war doch nur ein Satz und es sind doch nur Worte. Wie kommst du klar mit Valentina und Christine? Gut. Aber du weißt, wie die sind, ne? Selbst wenn die Ex-E-Chash kommen würden, die kommen wieder zurück. Na und? Da macht es halt so oft, bis sie nicht mehr zurückkommen. Das war bei denen auch nur Glück. Valentina hat eine Zahl erraten und die war richtig. Also da habt ihr alle eine Chance. Nicht, wenn die gegen Carmen und Michelle vielleicht antreten. Gegen Valentina und Christine meiner Meinung nach haben die besten Chancen. Michelle und Carmen. Ach so, der Plan von Gina und Cedric ist, die Stärksten reinzuwählen, damit die Valentina und Christine rauskicken. Jetzt ist ja nicht das stärkste Team reinhauen in die Ex-E-Challenge, nur weil die sportlich aktiv sind. Die haben gesagt, Logik ist nicht deren Ding. Die haben Angst vor der Ex-E-Challenge. Ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, die beiden reinzuschicken. Jeder hat Angst in der Ex-E-Challenge. Ich finde es denen gegenüber nicht fair, die zu nominieren, weil das in der Ex-E-Challenge viel mit Glück und Logik zu tun hat. Finde ich auch absolut nicht fair. Was soll die Scheiße, Alter? Dann kämpft doch alleine gegen die. Also Cedric und Gina, stellt den euch und dann kickt ihr die raus und das wäre doch mal eine Genugtuung. Nein, nein, das sollen die anderen schön für mich machen. Der Mob. Der Mob kann das machen. Wenn ich das Paar raushauen kann, was ich scheiße finde. Ja, dann hau es selber raus. Alter, ihr habt doch gesagt, ich hab's hier und ich hab's hier. Aber dann seid ihr doch die perfekte Kombination für diese Kack-Ex-E-Challenge, Alter. Ja, du findest die scheiße. Ich mag die zum Beispiel. Die haben mir nichts getan. Aber charakterlich. Ja, aber charakterlich haben sie mir auch nichts getan. Verstehst du? Noch nicht, Malissa. Aber hättest du dich einen Tag gegen die gestellt, dann hätten die dich aber auch schon platt gemacht. Aber nein, ein Paarverbündete brauchen sie. Ja, sonst ist die Dynamik ja auch futsch, ne? Ich persönlich habe gar kein Problem mit denen. Die sind loyal und nett bisher zu mir gewesen. Ich will mich damit nicht einmischen. Ich will mich da einfach nicht mit integrieren. Ich bin so, ich sag mal, ich bin die Schweiz. Ich verstehe das auch, Malissa. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht einfach komplett wegignorieren. Alles bis zu einer gewissen Grenze mit dem Raushalten, meine Meinung. Also das ist ja genauso, wie wenn du irgendwie siehst, ein Freund von dir behandelt seine Freundin schlecht. Aber du sagst, nö, mir hat er ja noch nie was getan. Zu mir ist der immer nett. Der behandelt die nur wie scheiße. Was ein Mann. Jetzt folgt auch schon die Nominierung. Wer muss heute gehen? Beziehungsweise wer kommt in die Exit-Challenge? Valentina und Christine, vor allem du, Christine. Zu euch möchte ich sagen, dass ich mich nicht mehr auf dieses Niveau von euch runterlasse. Es ist, glaube ich, bekannt, dass ich euch hier raushaben will. Vorher war es Valentina. Lass dich doch jetzt mal ausreden. Die hat ja auch gesagt, euch raushaben. Hört doch zu, verdammte Scheiße. Trotzdem, ich rede, wann ich will. Lass dich doch mal ausreden jetzt. Jetzt muss ich weinen. Ich stelle mir halt vor, wie die Kinder erziehen. Und dann sagt das Kind so, entschuldigen Sie. Miss Christine, dürfte ich bitte auf die Toilette... Halt deine Schnauze, ich rede, wann ich will, du Kind. Du gehst jetzt nicht auf die Toilette. Ich will jetzt erst mal eine rauchen. Danach vielleicht. Muss ich aber auch mal gucken, ja? Ich lasse mich hier auch nicht als Fake betiteln, denn die größten Fake-Menschen hier seid ihr. Ja, klar, sind die auch. Die lügen die ganze Zeit mit dem Geld und so, ne? Ist das Fake natürlich nicht. Deswegen haben wir auch heute zum ersten Mal taktisch entschieden. Weil wir wollen, dass ihr hier rausfliegt. Und haben uns deswegen für unserer Meinung nach das stärkste Couple hier entschieden. Hä, warum jetzt so? Ich weiß nicht, ob ich lachen soll. Sorry, ich muss gerade lachen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß warum, weil die so dumm sind. Wie könnt ihr denn so eine dumme... Ich weiß, für die ist das strategisch und so. Aber es ist einfach nur ein richtiger Drecksmove. Tut uns im Herzen weh und es seid leider ihr beiden, Michelle und Carmen. Tut uns leid, wirklich. Dann ist es natürlich scheiße. Die tun mir auch echt leid jetzt, ne? Die haben wirklich niemandem da was getan. Kommen da hin mit tollen Körpern, ab und zu ein Baywatch-Bikini an so. Was ist der Dank? Und jetzt rede ich. Nein, ich sag dir ganz ehrlich, ich möchte gar nicht mehr diskutieren mit euch. Ich rede, wann ich will. In der Gruppe ist man stark am Lagerfeuer. Aber eins gegen eins bist du so schwach. Gina, geh nicht drauf ein. Doch, geh drauf ein und sag, hey, du warst zu zweit. Ich war alleine. So, das ist eine absolute Lüge hier, was Christine sagt. Ne, mach ich auch nicht. Die kann reden, wie sie will. Du bist die Nächste, die rausfliegt mit deinem Kaffel. Das kann da hinten losgehen und dann, stell mal vor, die gehen rein und das wäre so und die würden rausfliegen. Und würden dann, weißt du, das wäre schon ein scheiß Zug, ne? Ja, klar, das wäre natürlich. Natürlich. Deswegen, also es ist absolut dumm, deren Strategie. Die haben einfach nur Angst, dass sie, wenn sie in der Excel-Challenge werden, dass sie es nicht schaffen, schaffen gegen Valentina und Christine. Guck mal, bislang hat keiner Valentina und Christine gewählt. Gar kein Zusammenhang. Dann würde doch locker fremd gehen, Alter. Hey, ihr treibt es mal nicht. Ich schwörs dir. Lass es, die macht es doch extra. Ich bin meinem Leben noch nie fremd gegangen, du Blöde. Oh. Die weiß, wie man provoziert. Dieses Mädchen, ich habe von Tag 1 gesagt, wo ich ihre Fresse gesehen habe, mit der werde ich mich anlegen und das ist echt eine fake bitch. Fake ass motherfucking bitch. Aber wer hat es denn provoziert? Also Christine. Quasi, wenn Christine dich einmal sieht, dann sieht die dann eine Fresse und denkt, oh shit, die ist ein falscher 50er. Dann macht die dich fertig, egal was du gemacht hast. Gina. Wir werden nach Leistung entscheiden und deswegen können wir jetzt eigentlich kurz machen. Wir entscheiden uns für Tim und Maria. Alles gut. Alles wie sie. Da muss es einfach einen Grund geben und dieser Grund ist einfach da gewesen, dass wir am meisten Kohle verloren haben gestern. Und Punkt. Und das ist auch ein Grund genug. Ja. Ach so, ja stimmt. Die haben ja super viel Geld verloren. Christine und Valentina ja nicht. Die nur 1000 Euro. Also, wir haben eine Entscheidung getroffen aus zwei Gründen. Einmal Sympathie und Leistung. Ich finde es geil, dass sie das nochmal drücken. Es ist nicht nur, wir finden euch nicht nur scheiße, sondern auch eure Leistung war scheiße. Aus diesem Grund haben wir uns für Malisa und Fabio entschieden. Kein Problem, alles gut. Wir haben es uns ehrlich gesagt schon gedacht, dass uns Christina und Marco nominieren. Weil wir so wenig Kontakt hatten einfach und die Blicke und so. Ja, die haben sich von euch entfernt, seitdem ihr die da nominiert hattet. Da waren sie nämlich pissig. Haben zwar gesagt, das ist alles gar kein Problem und schwamm drüber. War doch ein Problem. Sie hatten ja im ersten Spiel ein bisschen Geld verloren. Im zweiten auch. Also eine Mischung aus Sympathie und Leistung. So Leute, zweite Nominierung ist nie schön. Unsere Nominierung hätte dem Couple gegolten, dass bei der Challenge gestern den Geldbetrag falsch gesagt hat. Da das leider nicht geklärt werden konnte und das Couple anscheinend zu feige war, dazu zu stehen. Unsere Entscheidung fällt heute auf Valentina und Christine. Perfekt. Das ist unsere Entscheidung. Ich hoffe, die wird akzeptiert. Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen. Jeder beschwert sich hier über Valentina und Christine und niemand stellt sich da hin und nominiert sie. Da hat sie absolut recht. Verstehe ich auch nicht. Haben die Angst oder was? Was ist deren Problem? Sie hat solche Schlangenaugen. Also es ist ja nicht mehr zu übersehen, dass sie eine richtig falsche Nummer hier abzieht. Die Augen, Alter. Du kannst doch niemanden nach den Augen bewerten. Würde man dich bewerten nach deiner Fresse? Ich meine, dazu sage ich nichts. Die ist ja raus. Hat deine Maske auf, Alter. Wer hat jetzt eine Maske auf? So ein Lügner-Couple ist definitiv unter uns. Wir wissen es alle aber nicht hundertprozentig genau. Und aus dieser Strategie heraus haben wir jetzt keinen gewählt. Unsere Strategie ist tatsächlich ähnlich wie Gina und Cedric's Strategie. Aus dem Grund wählen wir Michelle und Carmen. Es tut uns leid. Halt auf. Hä? Warum? Haben die sich abgesprochen mit ihrer Idioten-Strategie? Wir wissen einfach, dass ihr zwei richtige Powerfrauen seid. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wenn ihr echt in die Exit-Challenge geht und eventuell ein anderes Pärchen da ist, dass ihr zeigt, was ihr drauf habt. Und ich wünsche euch unnormal von ganzem Herzen wirklich fucking viel Glück. Kannst du jetzt auch einen Arsch schieben, ganz ehrlich. Es kommt jetzt wirklich ein bisschen feige rüber. So man selber möchte sich schützen und stellt halt jemand anders da vor. Es ist total fucking feige. Wirklich. Okay, lass uns einfach jetzt nicht darüber reden. Geil, das ist echt cool. Guck mal, mit den Domen ist das Glück. Wieso? Peace up, Eltaun. Heute keine Exit-Challenge. Wir gewinnen das Ding. Können die wieder neue Motivation tanken? Unsere Entscheidung wurde von dem heutigen Chaos beeinflusst. Wir haben mitbekommen, dass Tim abbrechen wollte. Und aufgrund dessen haben wir uns entschieden, die beiden zu wählen. Also Maria und Tim. Finde ich eine souveräne Lösung. Nehmt ihr das bitte nicht persönlich. Nein, um Gottes Willen, Leute, ehrlich nicht. Ja. Ich bin da herrlich, bin ich böse, aber warum werden wir nicht jemand anderem? Was Logik angeht, gerade auf dem ganz falschen Fahrrad. Gefährlich. Ich sag gleich was richtig starkes. Pass mal auf. Okay, schön. Erstmal an Izzy Julian auf gut Deutsch. Ich spreche von mir, ihr seid mir scheißegal, deswegen scheiß ich auf eure Nominierung. Interessiert mich einfach nicht mehr. Zu Cedric und Gina. Wer meine Freundin als Fake bezeichnet, hat bei mir auch dann nichts mehr zu versuchen. Das tut die so, Ceddy. Sorry, hast du leider keine Chance mehr. Also ich weiß ja, du wolltest mich, aber jetzt nicht. Wer will die das erzählen? Das geht dann auch leider an dich, Ceddy. Du weißt, ich mag dich, aber ich bin auch nicht Fake, ich bin Real. Apropos Fake. Tim, ich finde dich komplett unauthentisch. Ich habe immer bei jedem Satz, den du sprichst, das Gefühl, dass du irgendwie eine Rolle spielst. Ich zerstöre vielleicht deine Blase, ja, aber Berlin Tag und Nacht ist tatsächlich nicht das echte Leben. Hallo. Oh. Oh, shit. Oh, man's a fucking shit. Hier haben wir eine Schauspieler-Drama-Queen. Und deswegen nominieren wir euch beide, das ist auch kein Geheimnis. Danke. Ich finde es gar nicht so. Weil man denkt sich halt echt so, ist das wirklich der Grund? Oder was ist jetzt eigentlich hier los? Ich bin mit den drei Stimmen von der Nominierung total im Reinen. Es ist wirklich alles easy, ich nehme hier gar nichts persönlich, es ist ein Spiel. Alles super, 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 super gut. Sie ist ja abgesprochen. Nein, aber Sie meinen, wir haben ja gemeint, dass die anderen fixe gewählt werden. Und Sie können sich bei uns das Einzige vorstellen, dass wir jetzt mal die zwei Frauen rauskriegen. Ach man, die Armen, die wissen gar nicht, was hier los ist. What the fuck. Wählt eure Feinde, wenn es ja so grosse Feinde sind. Weisst du, es ist so ein bisschen... Unlogisch, es ist absolut unlogisch. Also sorry, alles richtig gemacht gestern mit Trick 70. Ist so, ey. Also die ziehen wirklich durch, ne? Und es funktioniert. Es funktioniert. Es läuft alles nach unserem Plan, habe ich das Gefühl. Ja. Aber im Endeffekt haben Sie es nicht nominiert. Jetzt hat sie das davon, wir sind da. Weil die Angst haben, mit uns in die Exit Challenge zu kommen. Ich muss Ihnen mein schönes Gesicht noch ein bisschen länger sehen. Gina. Und die wollen jetzt echt den den Platz wegnehmen und treten das an? Das kann nicht sein, da kommt noch was. Wer weiß, ob Tim wieder nach zwei Minuten Stimmungsschwankungen hat und sagt, jetzt will ich doch wieder gehen. Ja, könnte so recht mithaben. Oh Gott, ey. Der wieder einen kleinen Zusammenbruch. Und ich glaube, diesmal ist es ernst. Es tut mir super leid für Babsi, aber ich kann einfach nicht mehr. Warum denn jetzt? Wie wurde das ausgelöst? Hat Christine dich wieder angeguckt? Aber es reicht vielleicht halt auch echt schon, ne? Die Entscheidung, dass ich gehen möchte, ist final. Autsch. Ja, ich muss mich ja irgendwo ihm anschließen, weil ich kann ja schlecht alleine hierbleiben. Sie so, oder? Ich toleriere das und fertig. Mehr kann ich dazu nicht sagen, was soll ich anderes machen? Danke, Babsi. Die Arme, ey, das tut mir echt leid. Also wie gesagt, ich verstehe ihn auch komplett, aber es ist wirklich, wenn man da als Team reingeht, finde ich das schon hart. Was ist denn jetzt los? Geht ihr jetzt doch? Ja, na klar. Ja, na klar. Oder was? Wir packen jetzt. Hä? Wir packen jetzt. Na wie? Ja. Was heißt das? Ja, dass wir jetzt gehen. Keine Exit-Challenge. Nein. Nein. Oh Mann, das tut mir so leid, ey. Wenn du die Chance gehabt hättest, zu kämpfen, weißt du? Ich glaube, du hättest das auch gut gerockt. Ich finde es schade, weil... Ja, gerade auch für Maria, ne? Na, weil die lässt sich von so zwei Spinatwachteln nicht auf der Nase rumtanzen. Ja. Und die hätte sicherlich nicht die Flinte ins Korn geworfen. Sie so scheiße, Maria geht. Wer macht jetzt Valentina und Christine fertig? Auch wieder sehr sympathisch. Ich habe euch richtig ins Herz geschlossen. Danke für die Erfahrung, Leute. Wie sehen die das? Das sieht man ja jetzt schon, wenn man nicht mal schiss sagt, was das für ein Benehmen ist. Bei denen doch nicht. Erwartet ihr da irgendwie, ähm, gute Manieren oder was? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist richtig gut. Für mich gehört es zum guten Ton, egal was da vorgefallen ist, zumindest Hallo und Tschüss zu sagen. Ich glaube, wenn du im Duden nach dem Wort Respektlosigkeit und Anstandslosigkeit im Duden diese drei Wörter nachschlägst. Hallo. Die Gesichter von Valentina und Christine dahinter zu sehen. Es wäre halt geil, würde es stimmen mit den Wörtern, aber zählen kann sie nicht. Von daher, die kann gut austeilen, aber hinterrücks, ne? Sag denen das doch mal in die Fresse. Nein, dafür reicht es nicht. Maul halten, Fresse halten. Geh auf den Ballermann, trink deine Bier, sing deine Scheiße weiter. Nerv mich nicht. Ach Babsi, trotzdem auch danke für die Erfahrung, dass du die mit mir geteilt hast. Ach ja. La 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 la. Die sind weg vom Fenster, aber die, die sexy, ähm, Schweizer Schwestern, ne? Die müssen noch an. Die müssen noch an, an die Bulette. Jetzt fragt man sich halt, na klar, gegen wen spielen die? Gegen sich selbst? Michel und ich denken, wir treten gegen uns selbst an. Aber wie soll das gehen in der Exit Challenge? Mit nem Zeitnimmat? Seid ihr grad nervös? Geht's. Bisschen aufgerückt, ne? Ja, vor... Weil wir halt jetzt nicht wissen, was die überhaupt machen mit uns. Ich glaub nicht, dass ihr rausfliegen könnt, wenn ihr gegen niemanden antretet. Die hat wieder wirklich alle Gehirnzellen zusammengetrommelt. Denn das macht Sinn. Eine Exit Challenge. Exit. Also Exit. Raus. Bei der kann man gar nicht rausfliegen kann. Ich würd' mir auf jeden Fall wünschen, dass es grad nicht darum geht, dass sie rausfliegen. Meint ihr ernst, ne? Hopp dir. Ja? Viel Glück. Tschüss. Viel Spaß. Mach das mit, äh, mit dem Dach alles. Ach. Ich auch immer wieder. Immer die Aufgaben. Immer die Aufgaben. So weit machen. Was ist denn hier los? Valentina gibt die Tipps? Die heißen Tipps? So nett. Da kommt sogar hier nochmal die andere zurück. Ähm, beziehungsweise einer macht eine Aufgabe und der andere macht die andere. Oh. So haben wir es auch gemacht. Und keine Tipps nehmen. Aber ich weiß nicht, ob jemand rausfliegen könnte, oder nicht? Ja. Ja. Wir geben unser Bestes. Tschüss. Bis dann. Ja. Viel Glück. Tschaui. Geil. Haben die jetzt neue beste Freunde, oder was? Das war ja echt nett. Bist du doof? Ich bin nicht dumm. Ich war auf dem Gymnasium. Keine Tipps nehmen. Das war jetzt zu viel gesagt. Das war ja, das ist doch egal. Nee. Das haben die gecheckt. Ja, das ist doch drauf. Scheiße. Ja, aber trotzdem nicht zu viel. Nicht zu viel. Also wenn sie Couple Challenge gesehen haben, die letzte Staffel, dann wissen sie das. Aber sonst ist es einfach zu viel, denen zu sagen, bitte nehmt keine Tipps. Ihr verliert dann Zeit. Also es wird denen zwar extra nochmal erklärt, vor der Exit Challenge. Aber das, das war wirklich zu viel. Wir müssen uns ein bisschen halt bei den anderen einschleimen. Wir müssen halt immer jetzt auf nett tun und alles ist so toll und so. Was mir halt persönlich auch echt schwerfällt. Es fällt ihr so schwer, fällig zu sein. Das kriegen wir alles hin. Das glaube ich, dass Christina das hinkriegt. Das ist gar kein Problem. Tschüss Leute. Ciao. Ciao, viel Erfolg. Tschüss, danke. Reiß die Hütte ab. Ach guck mal, ist der dringend so. Viel Erfolg, viel Erfolg. Leute, bei dir. Und dann ist der Zug abgefahren. Ciao. Tschüss. Viel Glück. Die chillen auch wieder alleine, na klar, weil keine Freunde. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ladies. Hey. Ach wie witzig, die spielen jetzt gegen Walle und Walle. Ja geil. Krass. Extrem überraschend war das jetzt, was wir Valdrina und Valdi hier gesehen haben. Hey. 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 Wie die sich freut, Walle und so lange kannte sie jetzt die schwarze Mädels auch nicht. Aber wie schön, dass das da direkt so ein Vibe gab bei denen. Ja, krass. Welcome, welcome. Hätten wir echt nicht erwartet. Ja, das alles Schlimmste wäre natürlich, wenn wir jetzt rausfliegen würden, unsere Koffer packen und nach Hause gehen. Zurück in die Schweiz. Weil da will ich nie mehr gehen. Ich will jetzt auch in Deutschland. Deutschland ist toll. Vor allen Dingen die Leute. Hier ist ein Hammer. Da ist ein Hammer am Tipp. Vorsichtig, Fräulein. Nicht die Tipps öffnen. Aber was ist hier? Du musst es rausziehen. Aber warte, wir brauchen das hier. Wir brauchen irgendwas. Hammer. Guck mal, ich hab's. Lass, lass, lass. Bell, schau es anders. Schau es anders. Schau etwas anders. Und schau schlimmer Tipp. Look at's anderes. Mein Gott. Alles? Guck. Was anderes. Nein. Das war's schon, oder? Nein. Neun. Es muss neun sein. Wo ist das Fenster? So, die Schweizer Mädels, die haben alle Ziffern herausbekommen. Ich glaube, die haben aber auch viele Tipps geöffnet. Das heißt, wenn sie jetzt das Schloss knacken und rauskommen, müssen die vorher erst noch vor der Schranke stehen. Lass hier! Oh mein Gott, ich würde ausrasten, der hat es schon richtig. Und sie packt die an und legt die einfach woanders hin. Musa. Sag's ihr Benug. E, ein, 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 ein. Okay. Keine Schatz. Ein normalen Pass. Junge, beide haben jetzt die Schlösser geknackt. Und jetzt kommt es wirklich nur noch darauf an, wer Tipps genommen und wer nicht. Scheiße, sorry Mädels. Sorry, Mann. Ja, da würde ich mal sagen, Glückwunsch zu Gina und Cedric, als auch Tim und Babsi. Eure brillanten Pläne sind hier jetzt an dieser Stelle aufgegangen. Applaus. Einfach toll. Wir gehen zu den Mädels. Süß. Das finde ich toll, weil als die letztens rausgeflogen sind, Valentin und Cedric, die sind das beste Kabel. Und die sind nicht zu denen. Wie man es halt so macht, so gut gespielt. Auf denen kennen die nicht. Weil woher denn auch? Ja, jetzt im Nachhinein haben die uns eigentlich das Ganze versaut. Weil die uns in den Ring schicken wollten mit zwei anderen eigentlich. In den Ring? Da fiel sie nicht. Ja, absolut. Ich finde es auch gut, dass ihr das verstanden habt. Stellt mal vor, die hätten jetzt gewonnen. Dann wären die bestimmt so, ach ja, Mann, verzeiht denn das. Die sind zu gut für diese Welt, die beiden. Die beiden wirklich zu gut. Alter, laber nicht! Wir müssen erst mal was trinken. What the fuck? Ich habe es doch gesagt, Walli und Walle sind da. Nein! Ich mag die beiden voll. Sie sind richtig korrekt. Sie sind richtig offen und so. Ja, auf jeden Fall doch. Wir haben uns sehr gefreut. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich finde es geil, wie groß die Freude bei Christine und Valentina ist. Also ich weiß nicht, ob ich kotzen soll oder kotzen soll. Findet sie das jetzt wirklich so schlimm? Was ist jetzt los? Wie geil! Die Bärchen flippen aus. Das ist doch die Hauptsache. Das ist doch alles so gespielt. Die sagen jetzt so ihr Hörgein und sagen hinten rum, scheiße, scheiße, scheiße. Was? 75.500 Euro? Ja. Sieht so witzig wieder aus. Ey, für 75.000 mache ich hier keinen Fingerchrom. Wir sind Influencer und ich muss schon wieder an deren fette Karre denken bei Folge 1. Die Kohle haben die. Das steht fest. Schatz, 75.000 Euro. Was? 20.000 Euro für Donnie. Wie ging das denn? Und wir haben null Geld verloren. Und sind raus. Geil, Valdrina. Einfach geil. Was habt ihr gemacht, Leute? Das ist richtig link. Das ist richtig link. Wer ist link? Gina oder Valdrina? Ohne Scheiße. Das ist richtig auch ins Gesicht geschrieben, Link. Einfach kein jemand. Ihr seid zurück. Die haben gesagt, ihr kommt auch wieder. Geil. Keine Ahnung, aber... Was? Keine Ahnung. Ich finde, ihr geht gar nicht mehr. Valdrina hat keinen Bock mehr. Der will gar nicht hierbleiben. Das sind gute Gegner wieder, weil er extra verlieren würde vielleicht. Dann kommen wir ins Finale. Er extra verlieren würde gegen euch, glaube ich nicht. Das würde keiner. Bei dem Triumph. Den würde sich keiner nehmen lassen. Aber vielleicht gibt er ja auch wie Tim. Das sind sicher alle hohe froh. So... Hey! Wir sind raus. Nein! Doch. Hier nach der Exit-Challenge ins Camp zu kommen, fühlt sich halt nicht so gut an. Alles, was man jetzt hinterfragen könnte, wäre halt, warum... Was das für ein doofer Plan war, uns da zu wehen. Natürlich, das hättet ihr auch schon vorher hinterfragen können. Da geht es doch gar nicht darum, ob ihr jetzt gewinnt oder nicht. Und dann spricht man es an, nee, so von Anfang an. Was für einen Film habt ihr euch gefahren? Was für eine Logik steckt dahinter? Im Prinzip ging es ja wirklich allen darum, die die jetzt beiden gewählt haben, dass die es für die anderen auskämpfen müssen. Das ist hart. Ich meine, wir sind ja nicht hier bei Gladiator. Es tut mir leid, es tut mir leid, wirklich. Wir haben uns einen Lüwin zum Fraß vorgeworfen. Period. Genauso. Sie sitzen dann auch noch und lächeln wie Zuckermäusen, ne? Wie geht das? Es war aber wirklich... Also, ich war mir auch so sicher, dass ihr das rockt. Das Problem ist hart, ne? Es ist eine 50-50-Chance da drin. Und Walle und Walle hatten schon mal Erfahrung damit. Die waren schon in einer Exit-Challenge. Das heißt, die Situation war irgendwie schon ein bisschen familiär. Bei denen halt nicht, ne? Bei den Schweizern. Ich habe ein sehr, sehr, sehr schlechtes Gewissen deswegen. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, ich fühle mich einfach scheiße deswegen. Ich hätte mich auch sehr scheiße gefühlt an Chinas Stelle. Ist jetzt echt blöd gelaufen, aber so ist es. Schatz? Hey, komm mal kurz. Die sind voll abgefuckt auf uns jetzt. Sind die? Ja. Sorry, die hätten mich auch irgendwann mal nominiert. Weil ich das Schlechtste bin oder weil ich das Stärkste bin. Keine Ahnung. Ey, Feli, ist scheiße. Ist mir doch scheiße egal. Aber es ist trotzdem scheiße. Wenn ich dich morgen nominiere, weil wir morgen unter... Aber es ist trotzdem scheiße. Was kann ich denn dafür? Das war deren Leistung, nicht meine Leistung. Dafür kann ich nicht. Und damit hat sich Cedric jetzt aber sowas von ins Aus geschossen. Und nicht nur Cedric. Er hat Gina gleich mitgerissen. Aber du hast halt gesagt... Ab Ende kann eh nur einer gewinnen. Ja, und wenn ich dich morgen nominiere, weil wir unter 50.000 Euro sind. Und sag immer, es tut mir leid, hier geht es auch irgendwo um Geld. Da wäre ich dir aber persönlich richtig sauer. Ich würde es im Leben nicht nehmen. Jetzt entsteht hier ein Dilemma. Die beiden sind befreundet. Vor der Show. Kannten die sich schon. Sind sie beide in die Show gekommen, wussten das aber nicht. Und jetzt stellt man sich halt die Frage. Was tust du? Nominierst du einen Freund, der sich schlecht in den Spielen schlägt? Oder nominierst du jemanden, der sich gut in den Spielen schlägt, aber nicht dein Freund ist? Da frage ich euch, was ist da fairer? Also ich glaube, dass uns gerade jeder hasst. Glaube ich nicht. Nicht ein Prozent. Nicht ein Prozent. Also nicht mal Valentina und Christine. Doch, du hast es doch schon bei Malisa gesehen. Ach, Malisa ist mir gerade egal. Malisa ist ihm egal. Die reden an sich vorbei. Ich muss erst mal pipi und eine rauchen. Dann helfe ich dir, ja? Die haben natürlich wieder gelauscht. Das ist auch einfach perfekt. Da, wo was gebacken ist, da sind die irgendwie in der Nähe. Und das war jetzt ja nicht mal erzwungen. Das war ein absoluter Zufall. Ganz schnell. Glaub mir. Glaub mir. Daran wirst du auch sehen, dass die vielleicht im schlimmsten Fall auch dich nominieren werden. Ja, ja. Du hast jetzt gerade... Nein, nein, nein. Du hast gerade mit Zettel. Ihr seid Freunde. Aber guck mal, er sagt eine Begründung. Das würde ich jetzt verstehen. Wenn er mich nominiert, dann kann ich keinen Freund... Das ist für mich... So gute Freunde. Das hast du aber nicht so gemacht. So weiß, was ich meine. Hast du das aber gerade mitgekriegt, was er dir damit klar macht? Ja, ja, das ehrlich, ich nominieren würde. Ich finde es halt geil, wie Valentina und Christine direkt auf Malisa manipulieren. Das sind scheiß Freunde und bla bla bla. Das macht kein Freund. Perfekt. Bei so einer Malisa geht das doch auf. Sie ist gut. Ich sage dir ganz ehrlich, wir werden dich nicht nominieren, bis wir beide im Finale. Das ist so. Das ist Fakt. Das finde ich auch geil. Wir werden dich nicht nominieren, bis wir im Finale stehen. Dann raus mit euch, ihr kleinen Schwänzer. Schwänzer? Was ist denn mit mir los? Du hast Geschmack. Und das dazu... Wie er gesagt hat, wenn ich euch morgen nominiere, dann ist das für mich... Aber es ist für mich keine Freundschaft. Weißt du, was ich meine? Du siehst aber, warum du jetzt aufpassen musst? Ja, ja, ich weiß. Eine Frage hätte ich da aber. Guck mal, die sind alle in derselben Bubble. Natürlich kennen die sich alle untereinander. Das heißt eigentlich, Hable Challenge nächstes Jahr kannst du schon vergessen. Weil wenn da alles Leute sind, die sich irgendwie kennen und dann nominieren die sich nicht, was ist das für eine unfaire Scheiße? Jetzt mal ganz im Ernst. Also, dann würde ich es mir auch nicht mehr angucken, weil... Wo ist halt die Spannung? Das ist halt eine schlechte Charaktereigenschaft, finde ich einfach. Ich... Da kann mir jeder erzählen, mit ich soll es nicht persönlich nehmen oder emotional in die Schau, Alter. Sorry. Mal, Lisa, es ist ein fucking Spiel. Es ist für mich auch ein bisschen verständlich, dass sie traurig ist, na klar. Aber dann spiel halt besser, dann nominiert dich auch keiner. Also, es geht doch nicht darum, wer gewinnt hier den Freundespreis. Wir sind zwar hier im Spiel, wir sind trotzdem noch Menschen und Freunde. Und dann scheiße ich auf das Geld, Alter. Alter, ciao. Wenn du aufs Geld scheißt, dann mach da nicht mit. Da bin ich einfach anders. Ja, ne, verstehe ich, da verstehe ich das. Voll und ganz. Ich verstehe das auch, aber Mann, ihr macht doch damit wegen des Geldes. Also, Malisa und Mario, Fabian scheinbar nicht. Die machen wirklich nur mit wegen Reichweite. Aber dass da jemand anderes mitmacht wegen des Geldes, ist das so verwerflich? Ganz ehrlich, was ist dir da wichtiger? Ähm, naja, ich würde es halt gar nicht mit dem Geld irgendwie in Gleichsetzung setzen, sondern einfach damit, dass es ein fucking Spiel ist. Wenn du ein Spieleamt machst mit deinen Freunden, dann willst du die doch auch abziehen, Alter. Und den, den letzten Cent aus der Tasche klauen. Oder? Ne. Die wollen einfach, dass die Freundin die ganze Zeit gewinnt. Und wehe, die fliegen raus bei irgendeiner Runde wegen dir. Dann ist die Freundschaft einfach vorbei. Dass da so ein Wind jetzt hier herrscht im Camp, spielen uns eigentlich wirklich nur in die Karten. Es ist einfach schon wieder perfekt, ne? Für die einfach perfekt. Das sind meine Freunde, Mann. Ich würde Traum niemals im Leben auf die Idee kommen. So, das tut mir so im Herzen weh, sowas zu hören, überhaupt, dass ihr auf so Gedanken kommt und zu mir sagt, so... Christine. Das dürfte ich persönlich nehmen, wenn wir euch dann... Boah, man ist das am Wein jetzt, komm. Was, Alter, was weiß ich? Da musste man halt einfach jetzt mal auf Freunde tun. Musste man mal auf Freunde tun. Deswegen muss man jetzt halt noch ein paar Sympathiepunkte heranholen oder bei den anderen halt, ne? Sich irgendwie ein bisschen einstellen, was mir auch sehr schwer erfallen wird. Hm, weil ich bin ja auch so eine authentische Rele, ne? Ich kann das eigentlich nicht nett zu Freunden sein. Deswegen habe ich auch keine. Ich würde im Leben nie auf die Idee kommen, die zu nominieren. Und ich werde das auch nicht machen, egal was passiert. Auch wenn die uns nominieren, ich mache das nicht. Muss gar nicht. Weißt du? Weiß ich nicht, das sind Freunde. Freunde, aber Geld ist Geld. Moment mal, Malisa, wären die jetzt diejenigen, die die ganze Kohle da verzocken? Da würdest du im Leben nicht auf die Idee kommen, die zu nominieren? Das glaube ich nicht. Gucken wir mal zu den Bösewichten hier, die nur die Kohle sehen. Gina, mach dir da nicht so Gedanken drum. Ja, aber ich glaube, die hassen uns jetzt alle. Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Wart mal ab, bis Christine und Valentina da fertig sind mit allen. Dann schon. Das macht man nicht. Das habe ich dir immer gesagt vermittelt. Verstehst du das, meine ich? Die Leute lachen dir ins Gesicht. Ja, jetzt wissen wir, wer das Spiel spielt. Es ist ein mieser Moment, weil Valentina und Christine hier manipulieren ohne Ende. Und Fabian und Malisa vor allen Dingen, die lassen sich manipulieren, ne? Dann ist man aber auch irgendwie selber schuld. Also, es kann ja keiner für dich deine Umwelt reflektieren. Ganz ehrlich. Jetzt wissen wir mal langsam, ne? Jetzt wird alles gedreht. Für Valentina und Christine ist die aktuelle Situation natürlich Wind auf den Mühlen. Der hat es wieder durchschaut. Ich glaube, das ist auch wirklich hier der mit dem höchsten Intelligenzquotienten. Also bin ich mir mittlerweile sogar sicher. Tja, jetzt sehen wir mal hier, wer das falsche Spiel spielt, ne? So schnell kann es gehen, ne? Tja, gut, dann waren es keine 2.000 Euro gestern, sondern 3.500. Dann ist genau Bescheid, also. Ah, die ist schlau und nutzt die Chance, jetzt hier alles noch auf die zu schieben mit dem fehlenden Geld. Da sage ich, bin ich nicht überrascht, weil Valentina war auf dem Gymnasium. Ey, wisst ihr, was mich da echt frage? War die nur auf dem Gymnasium oder hat die da auch einen Abschluss gemacht? Das würde ich gerne noch wissen. Die beiden spielen ihr Spiel schon sehr, sehr geschickt, würde ich sagen. Mann, ich glaube nicht mal, die Beziehung ist echt bei denen, Mann. Also sorry. Wir vertrauen im Camp gerade niemandem mehr. Niemandem. Okay. Das ist jetzt reine Taktik jetzt, ab jetzt. Ab jetzt ist reine Taktik, vorher war keine Taktik. Wie will die das erzählen? Es sind nur noch zwei Nominierungen, dann Finale. Oh, das geht ja dann doch schnell. Vielleicht machen wir Kabel-Challenge doch fertig. Das faggt mich echt ab, alles. Und dann noch kein Essen. Oh shit. Jetzt ist hier aber mal schlechte Laune angesagt. Auch bei den zwei Grazien. Ja ey, Essen kommt! Aber die Rettung naht. Das ist doch hier kein Dschungelcamp. Danke mal, Kuh! Essen! Das ist aber ein schöner Moment. Jetzt sind sie wieder alle eins auf einmal. Wollt ihr sehen, was drinne gibt's? Nee, wollen wir nicht. Okay, die Laune steigt wieder so langsam. Sie haben alle was zu essen jetzt. Können sie kochen. Achso, nee. Die Laune steigt, aber nicht bei allen. Die haben ja noch Cedric und Gina. Die beiden Miesmuscheln. Gucken wir nochmal zu denen. Kann ich mit euch kurz reden? Alles, alles gerne. Jederzeit. Jederzeit. Wenn du verstehst. Getestet sind wir. Mhm. Haben wir ja letztes Mal schon geklärt. Malisa ist zu mir gekommen und hat gesagt, dass ihr uns wählen wurdet. Nur was? Nein! Es war halt wirklich nicht so. Also Cedric meinte, wenn ihr jetzt ständig Geld verliert, dann kommen wir vielleicht auch zu einem Punkt, wo wir euch nominieren. Damit wollt ihr aber nur rechtfertigen, dass er Carmen und die andere Schweiz gewählt hat. Jetzt auch noch die Klatsche ins Gesicht zu kriegen. Also ich könnte eigentlich jetzt am liebsten nach Hause fahren gerade, weil ich keine Ahnung. Die will auf jeden Fall nicht unbeliebt sein. Das ist ein Ding, das triggert sie sehr. Verstehe ich. Wer möchte gerne unbeliebt sein, nehme ich zurück. Zwei Personen kenne ich da. Komm mal bitte kurz. Komm hier du. Du hast es falsch verstanden. Ich würde dich niemals nominieren. Aber er hat schon mal. Oder? Er sagt das jetzt bestimmt nur, um seinen Arsch zu retten. Das hat mich krass verletzt. Wirklich. Ich habe mich richtig krass verletzt. Ich fand es nicht cool. Ich habe es ihm gesagt. Du meintest, es ist immer noch ein Spiel. Und wenn wir morgen die Schlechtesten sind und du uns morgen nominieren solltest, dann soll ich es nicht persönlich nehmen. Das hast du auch noch gesagt. Ich sollte es nicht persönlich nehmen. Wenn ihr uns nominiert, so. Ich meinte, es würde für mich never ever in Frage kommen. Ihr steht doch da auch immer bei der Nominierung und sagt, also Melissa und Fabio, nehmt es nicht persönlich, aber wir nominieren. Bla 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 bla. Das ist nicht loyal gegenüber. Ja, ihr seid doch bei dieser ganzen Nominierungssache eh immer raus. Das wisst ihr doch. Nee, das weiß ich halt nicht. Ja, weiß ich halt wirklich nicht, weil sie sind immer die Schlechtesten oder oft und verlieren sehr viel Geld fürs Team. Bei meines jetzt war hinterher, das war nicht so gemeint, das war nur ein Beispiel, aber die anderen haben es auch gehört und ich bin halt trotzdem verunsichert, so, was es angeht und ja, jetzt müssen wir halt auch mal abwarten, was noch passiert. Und die Freundschaft ist wirklich jetzt so gut, dass sie das nicht aushält. Diese, dieses kleine Beispiel von Cedric. Wie sieht ihr jetzt so ein Floh im Ohr? Was sagen die anderen? Die anderen haben es auch gehört. Das ist falsch. Also, es ist nicht falsch, die anderen haben es auch gehört, aber es ist falsch, so zu denken. Also, diese müssen halt aufpassen, dass die Stimmung halt nicht noch besser wird. Die muss halt eigentlich jetzt so negativ bleiben. Das ist doch kein Problem für euch zwei. Es ist ein Game und wie gesagt, das können wir ganz gut spielen. Ja, es ist aber wirklich die Frage, warum? Was wurde euch angetan in der Schule damals? Oder wo auch immer? Das kriegen wir alles hin. Wir haben so einen kleinen Masterplan. Durch heute, was halt ein bisschen passiert ist, war schon ein bisschen... Was ist denn heute passiert? Was habt ihr ja mitbekommen mit Gina und Cedric? Ah, jetzt werden hier Waldrina entwaltet. Die werden jetzt manipuliert. Natürlich, man braucht die nächsten Opfer, ne? Das ist doch ganz klar. Aber die waren doch so sauer, dass die zurückgekommen sind. Aber die können ja so nett zu allen sein, so auf Helgen. Das können die ja so gut. Nein. Komisch, dass die jetzt so kurz vor Couple Challenge, vor dem Format, irgendwie zusammengekommen sind. Und von der Zeit her ist es schon ein bisschen komisch. Wisst ihr, was das Ding ist? Christine und Valentina kannten sich nicht mal. Die sind das absolute Fake-Couple da. Also irgendwie haben die sich, glaube ich, bei Instagram haben die geschrieben. Aber Lock hat das Management gesagt, komm, ihr beide rein da. Ja, weil ihr macht Stress und das gibt Einschaltquote und ihr werdet an Reichweite gewinnen. Das ist vielleicht euer letztes Format, aber trotzdem. Bitte geht da rein. So, aber mit Gina und Cedric, ne? Das geht gar nicht. Die sind seit drei Monaten irgendwie erst zusammen. Die waren aber letztes Jahr bei Big Brother zusammen. Aber da waren die ja nicht zusammen. Ja. Da meinte sie, sie sind irgendwie 100 Tage hinterhergelaufen. Und dann noch ein Jahr später nach der Show. März 2020 war die Show. Deswegen, ja, jetzt sind die erst drei Monate oder so. Fame, alles für Fame. Deswegen schreit aber sowas von danach, dass die jetzt zusammen sind. Fame und gesehen werden. Mal ihre Augen. Und die sagen, Izzy hat so Schlangenhaufen, die hat so heftige Augen. Valdrina meint auch, die beiden wären Fake, die Beziehung wäre Fake. Valdrina sagt, dass wir ihr das gesagt habt. Und wir haben das alle gesehen. Also ich glaube ja auch, dass das voll vorgespielt ist. Sie haben ja nur so ein Schmerzer, immer so, keine Ahnung. Die glauben, glaube ich, selber nicht mal, dass die Beziehung Fake ist. Aber das ist sowas, um jetzt hier Cedric und Gina rauszumobben. Dass alle anderen auch denken, ah, die haben eine Fake-Beziehung. Die sind nicht ganz koscher. Wenn die da schon lügen, vielleicht haben sie auch mit der Kohle gelogen. Das sollten wir nochmal irgendwie überdenken mit den beiden. Vor allem auch unsere Freundschaft. Lisa und Fabio, die sagen, die sind so gute Freunde. Müssen wir mal gucken, wie alles hier so verläuft, ne? Dieses freche Grinsen dazu noch. Und ich sag euch mal eins, das war Folge 4. Das war es jetzt einfach. Und wir gucken mal weiter, wie es in Folge 5 abgeht. Boah, die geht ab. Ich bin ja nicht böse, wenn du es nicht machst. Was ist das denn für eine Scheiße? Klar, ich fand es scheiße, was Malisa heute gesagt hat. Aber ich habe auch gemerkt, wie die versucht hat, zu manipulieren. Das ist mit das Assozialste, was ich je gehört habe. Wenn ihr so anfangt, jetzt brech das Gespräch ab. Wir gehen mit Ehre und die gehen mit Scham, Alter. Mhm. Absoluter Lieblingsspruch. Auf jeden Fall jetzt schon mal. Die gehen mit Ehre und wir gehen mit Scham, Alter. Besser geht doch gar nicht. Und ich würde mich jetzt wirklich dafür interessieren, was ihr über diese Folge denkt. Ihr süßen Mäuse, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Und vor allem, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Auch dran. Peace. Ciao. Schöne Grüße.